Kuchenbacken unterstütze ich sehr. Da müssen wir kreativ... achso. Da müssen wir kreativ werden, was die Form angeht. Wo will der denn hin? Achso. Hi Kermit! Halbe Kermit ey! Ich hatte mal einen Busfahrer der Klang wie Kermit. Ich hatte einen anderen Handler die ersten Nacht. Aber wenn er... ...retired... ...I went on to the standard Joballocation Algorithm. Ben was... Dann EP7days, der Kuchenback-Sim, stelle ich das mal vor, ja. Wuch! Ja, Pause, Spaziergang und so klingt gut. Und danach... Ja, vielleicht spiele ich danach dann privat ein bisschen RP. Also, off stream halt RP. Ops. Ein bisschen Sonne klingt gut. Ah. Kermit ist da was auf der Spur. Oh, ein Kuchen-Simulator mit mir? Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Warte mal, Kursona waren jetzt hier, die jemanden zur Strafe den Hund getötet haben, oder wie? Ich will nicht für Kursona arbeiten. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass er zu diesen Leuten gehört, die unter anderem solche Strafen anwenden? Fuck ey. Du wirst uns anwerben. Du wirst uns anwerben. Rania, this is good news. You've passed the test. Verpiss dich aus meiner Karre. Too bad. You're gonna be reborn at Kursona. Reborn into a better life. Halber Staubsauger-Vertreter. Ich schmeiß dich hier gleich in der Luft raus. Und er weiß von Pasta. Ich dachte, er hat 15 Minuten Strömpausen. Ah, nee. Kann den Streamer nicht unbeaufsichtlich lassen. Ich vertrete dich einfach so lange mit Cookie-Simulator-Pizza-Content. Und ich hab den... Nee, boah, nee. Wenn ich jetzt rausgehe, dann werde ich garantiert nicht noch irgendwie großartig weiterströmen danach oder so. Das glaube ich nicht. Würde ich gar nicht fühlen. Ich bin... Leute, ich bin nicht so spontan. Ihr kennt mich schon, oder? Ich glaube, das wird ein bisschen einfacher für dich und für alle, die du interessierst. Goodbye. Verzieh dich, ey. Der ist einfach nur mit uns mitgefahren, um uns anzuwerben. Krass. Jetzt hab ich immer noch kein Essen. Aber hier gibt's Fasern, wie's aussieht. Wer sind die? Und was machen sie bei der Wohnung? Wollen nur ein bisschen die Lighthawk anzapfen, ja. Wie will ich bei Collectors Edition verschenken? Was für eine Collectors Edition. Wer kriegt eine Collectors Edition? Oh Gott, ey. Ich bin einfach durch heute, Leute. Wir sind verwachsen und verantwortungslos. Uns kann man alleine lassen. Genau. Nee, Jules hätte mich ja vertreten jetzt. Aber nee. Ich bin nicht so spontan. Müssen wir irgendwie nach unten? Ja, wir müssen nach unten. Kann man unten parken? Jetzt nehmen wir den Aufzug hier. Erstmal mit Trombo und Champ vertreten. Harlöchen Ente! Kann man hier noch bitte... Hallo? 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 Hä? Okay. Keine Ahnung, was das grad war. Na, gar nicht im RP-Wahn. Äh... Ich weiß nicht, ich... Ich weiß nicht, ob ich heute... Ähm... Ach, keine Ahnung. Ich kann nicht mal mehr reden, ey. Ich bin komplett fertig heute irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ente, ich fühl mich... Ich hoffe, dir geht's so weit gut, ne? Ich fühl mich als hätte ich schon, keine Ahnung, super viele Stunden gestreamt, obwohl ich halt erst... nicht mal drei Stunden live bin. Keine Ahnung, ich hab heute irgendwie keine Energie für irgendwas. Oh, ich hab wirklich Fasern gefunden. Ich faser... Ich faser's nicht! Ha! Ähm... Warte mal, hier ist noch irgendwo Elektronik-Kram. Aber... Irgendwie auch nicht. Hier. Und da hat man so Tage... Ja, ich... Vielleicht spiel ich nachher Offstream noch ein bisschen in RP dann. Das muss ich dann sonst ohne euch machen, hier. Äh... So... Aber ich... Ich quäle mich heute schon so ein bisschen irgendwie die ganze Zeit. Also es macht zwar Spaß und so heute, natürlich. Immer. Aber irgendwie weiß ich nicht. Bin ich super schnell ausgelockt heute. Energiesperle sehr. Der schlechte Witz ist immer Energie da. Immer. Natürlich. Geht's auch. Wir müssen zurück zum Auto. Hallihallo, Sani! Hallihallochen! Wie es aussieht, geht meine Website auch viel geplant. Mitte des Monats online. Hab noch Unterstützung von einem Web-Entwickler aus der Ukraine bekommen. Ach, mega cool! Ja, das ist ja nice. Ja, sowas ist ja schon wichtig, ne? Okay, jetzt weiß ich grad nicht mehr, wo der Aufzug war. Wir waren gestern aus RP. Also ich war tatsächlich sehr lange, äh, allein unterwegs. Bis ich dann irgendwie, ähm... Wo ist denn jetzt der scheiß Aufzug? Ich, ich weiß gar nicht. Ich hab keine Ahnung, man. Ähm... Hier. Ähm... Ich war halt die meiste Zeit irgendwie so unterwegs, so, ne? Irgendwie bin ich einmal, glaub ich, gestorben. Und bin dann irgendwann sogar noch Leuten begegnet. Und das war dann auch sehr lustig. Also es hat sich auch einfach so ergeben dann. Weil wir grad irgendwie bei einem Händler... Weil ich grad irgendwie so auf dem Weg zu einem Händler war. Und... Ähm... Es war halt sehr schön. Ich weiß nicht, ob du Aska kennst, äh, äh, Liara. Aber Aska, die spielt auch mit. Und, ähm... Ich weiß nicht, ich war halt in so einer Hütte. Und dachte, ich hör draußen Zombies und wollte in dieser Hütte halt einfach die Nacht dann erstmal verbringen. Und es war halt auch so ein riesiges... Also es war schon ein echt großer Gebäudekomplex. Und, ähm... Und dann bin ich halt einfach... Keine Ahnung, wollte ich mir einfach die anderen Räume angucken. Und dann steht auf einmal jemand im Badezimmer. Dann stand Aska da auf einmal im Badezimmer. Und ich hab mich so hart erschreckt. Und Aska hat sich voll erschreckt, weil sie halt was gehört hatte. Und aber gedacht, ich sei ein Zombie. Und ich hab gedacht, draußen wären irgendwie Zombies. Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass drin jemand ist. Und dann steht die da auf einmal im Badezimmer. Das hat sich da irgendwie versteckt. K.K. Slider im Background ist ja niedlich. Julian hat nie mehr Animal Crossing selber gespielt, aber er findet K.K. halt süß. Ja, Minecraft wird... äh... Minecraft wird richtig... Also wenn man viel bauen muss und so, im Bettchen und so... Das ist echt ein bisschen schwierig, glaub ich, bei Minecraft. Hallo, mein Name ist Blume und ich bin mental schon wieder zu... wieder ausgestiegen und müde und wenig Motivation, Verträge zu schreiben. Hm. Das letzte Arbeit hat zu viel unserer Zeit zu sprechen. Mache Zeit. Also der neue Koga? Erinnerst du ihn? Freundlich, altes Junge, Lookingen für etwas für seine Vierungen? Er ist ein fucking Kurzona-Recruiter. Verdammt. Verdammt? Das ist es? Was soll ich noch sagen? Was soll ich sagen? Keine Angst, Rania. Cloudpunk wird dich für dich. Kurzona wird dich nicht. Ich würde das sagen, aber ich kann. Ich meine... Schöße. Ich darf das dürfen, wenn ich bin. Ich darf das dürfen, wenn ich bin. Wir müssen aber gleich nochmal eine Pipi-Pause machen, ey. Platz sonst. Ich kann nicht ein schlechtes Wort für dich einlegen, finde ich aber auch gut. Was soll ich sein, Cloudpunk? Super? Gut. Ermensicht irgendwo mal einholzer, aber ich kann das zu helfen. Ich bin einladen würde. Ich bin einladen. Ich liebe mich daran, dass ich was zu tun. Ich kann dieses Dinge machen. Ich liebe dich zu machen, wenn ich nicht. Ich liebe mich nichts machen. Aber ich kann zu ermorden. Okay, wir müssen zum Kessel. Okay, Leute, ich platze uns gleich, ich muss jetzt mal auf Toilette. Wir müssen eine Pipi-Pause machen, das geht nicht anders. Ich bin jetzt noch mal eben kurz, keine Ahnung, drei Minuten weg pullern. Genau, ich habe Julios Intergrund gestohlen. Mein Chef hat gerade vorgeschlagen, sich für das Arbeitszeugnis folgenden Punkt mit aufzunehmen. Eine Bereitstellung von lustigen GIFs und Katzen-Content via Teams. Ja, finde ich gut. Appreciate sie, ich sehr. So bis gleich, ihr Lieben. Ihr beiden. Schön, dass ihr Fleur wenigstens den Sieg gegönnt habt. Genau, ich bin Hang Lizzy quasi jetzt. Dann mache ich heute aber voll mit beim Durchsein, ja. So, lass uns zumindest noch die Ladung und Kessel abholen. Das heißt, wir müssen hier parken. Ich hätte schon nach dem ersten Buchstaben gewusst, wollte aber Fleur gewählen lassen. Rincey hat es schon gewusst, bevor das Wort, bevor überhaupt ein Buchstaben erraten wurde. Da wusste Rincey schon, dass es Computer sein wird. Das heißt, wir müssen hier in der Mailboxen warten. Wir haben einen HWC auf dem Punkt. Ein was jetzt? Handeln mit Kär. Es ist ein bisschen chemischer, volatil. Great. Ich liebe, dass es explosiv-chemische Kämiefer transportiert wird. Cool. Das ist der Geist. Ich weiß, ich weiß diesen Kunden, ein harmloser Mann, der heißt Habis. Ich glaube, dass du nichts explosives kümmern kannst. Sicher? Aber es ist, um sicher zu sein, versuche nicht zu viele andere Havas, aber das ist immer gut Tipps, oder? Okay, sie glaubt, es ist sicher nichts Exklusives drin, aber bloß nicht zu viele Havas, äh... Kram. Die weiß schon, mit wem sie hier spricht, oder? Ja. Entschuldigung. Mir fehlt auch nur noch eine Ferrophase. Warte mal. Der Funkspruch kam irgendwie ein bisschen zu früh. Deswegen war ich nur gerade irritiert. Ladung. Oh, das ist die PfKA verhüht. Wir sollten zusammenschen mehr Geld für die PfKA verhüht. Sieh ihr auch? Ja. Meine Brühe ist mit olfaktoren Sensoren. Was ist das? Ich weiß nicht. Das ist schon전ene. Ich weiß die meisten Zähle. Ich weiß Olympic. Ich weiß P Wein. Ich weiß Cat. Ich weiß Aloe Vera. Maybe. Somebody werfen. Thankfully. I know mango. I know sandalwood. I know methane. I know ethane. I know ethanol. I know methanol. I know propanol. I know I think I am being annoying. Good self-reflection. Do you think this package smells explosive? I don't know. But I like it. Kavis ist toll. So, wo sowas vergeht hin? Darüber. Kavis ist ein Feiny. Kavis ist halt echt zwölig in Lulan. Kavis ist einfach bester Sidekick. Okay. Ja, geil. Oh, oh. Scheiße. Ich möchte bitte keinen Trip haben. Dankeschön. Scheiße. Das klang so, als würdest du sagen, du würdest ein Paket ausliefern. Was ist denn zu dir? Ja, viel Erfolg, Fleur. Ich hoffe, du kriegst das doch gut hin heute. Sehr gefährlich. Wir sollten es drücken. Du bist wieder riskierbar. Nein, ich kann das tun. Ich bin quiet, alle. Ich muss nur fokussieren. Es ist nicht so schlecht. Ich mache das. Die Frage ist, ist Rania jetzt einfach, keine Ahnung, sagt sie das jetzt, weil sie auf Drogen ist und das ein bisschen auch weil sie auf die leichte Schulter nimmt? Ich brauche eine Parkung. Oh Gott. Jetzt kann ich das wenigstens alles auf die Drogen schieben. Mach's gut, Fleur. Scheiße. Ja, ich muss da hinten parken. Ich dachte, hier vorne gibt's noch einen sinnvolleren Parkplatz. Okay. Ej, ej, ej. Schön, dass unsere Wahrnehmung jetzt auch so ein bisschen eingeschränkt ist. Das finde ich echt witzig. Ich hole mir erst den Elektroschrott und dann können wir hier mit dem Otto reden. Vielleicht hat DHL das Paket vorher ein bisschen zu sehr geschüttet bevor sie es mir überlassen haben. Bei deinem Paket. whenever heirbrennt. Bei deinem Paket! Bei deinem Paket. Wie soll ich dem vertrauen? Ach so nennen sich die Drogendealer heutzutage. Crazy. It is very fast. Fine, he gave me the thing. Ugh. Ugh. That was fast. A concoction of my own making. And I am sorry about drugging you. Although people usually pay me for the experience. Witzig. Of course. Of course. What the hell was in that package? Well, that depends on the quality of your driving. If you were careful, the package contains 72 intact glass vials of Violet Pilot. Which is? A blend of retro stimulants like opiates and hallucinogens laced with high-yield dose-regulating nanites. Safe, customizable, and satisfying. I'm very proud of this one. It felt like my head was in a blender. Yes, quite. Will I be okay? Long-term? You'll be fine. Better than fine, in fact. You'll probably find your mood has improved significantly. Though you may start craving lime juice, I still don't know why that happens. Why was the package leaking? Some of the vials must have cracked. In an undiluted form, the concoction is potent. If you've been careful, we should have an almost intact batch. Oh. If your driving was reckless, we may have little more than a mess left. You're a drug dealer? That's your business? Oh. Um. Please, I hate that word. Drug dealer? No, business. My stimulants are not business. Like I said, I am a dream artist. I'm a dream artist. Don't you ever worry about the people who use your drugs or getting caught? My drugs are safer than almost any other I am a dream substance you can burn into your body. But there are still drugs. You are an odd girl. Humanity has been using substances to alter their consciousness for as long as there has been consciousness. Longer even. Whether we're creating nanite-focused symbiotic stimulants in a city in the clouds or licking slimy amphibians in the primordial swamps. The goal is the same. Mankind has a long history. I don't want to be at some things. Thank you. The feeling that their head has been put in a blender. So you're not worried about the people who use your drugs or being caught? The people who use my drugs as you call them are my children. I open up portals to another world for them but always with a tether to pull them back to reality. My stimulants are the fastest and purest in all of Nivalas. I care about my users more than anyone. And as for getting in trouble, well, I have an agreement with Corpsec. It's a standard agreement. I pay a responsibility redirection fee. Oh, what? We're on time is going to be a drug dealer. is going to be a drug dealer. to be a drug dealer. We're on time to be a drug dealer. So you can't be arrested, but the user can? Of course. It is only fair. I pay the fee. And if Corpsec asks you who the users are. I tell them they are criminals after all. Why are you looking at me like that? lal-e. Check your vials. I need to get the hell out of here. This looks... Hey, this isn't so bad. You're a good driver. Maybe you should drive on Violet Pilot more often. Yeah, I don't think so, Habes. I'll give you some anyway. It's the least I can do. Take it. The first dose is free? That's good business. I told you I hate that word. I would I'd like to even more business the whole time in the Ohren shattern. Yeah, Control? I'm here, Control. What do you need? Are you slacking off? No, we were just talking a minute ago, remember? Right, but we need you to pick up a client's order from Hobbs Thoroughfare, but we keep losing their signal for the navpoint. Oh, that sucks. I could just go there and see if you can pick up the signal through my Hava. Won't work. Your signal booster isn't operational. Or I could try asking my automata to scan for a network ID. No, won't work. Heh. Why not? Control, are you still there? So what do I do? We're a bit busy here, Rania. I'll head to Hobbs Thoroughfare so I'm close by if you clear up the signal. Sound good? Waste of fuel. Is there a problem, Control? Fine, I'll work on clearing up the signal. Okay, good luck. Uh, Control? Okay, irgendwie ist sie komisch, ne? She is gone. Oh, ist so seltsam. Uff, she's a real ray of sunshine breaking through the clouds tonight. Do you remember old Control? Too well, Camas. Let's go. Das war seltsam. Ich weiß nicht, ob die uns einfach nur nicht richtig gehört hat oder ob da jetzt gerade irgendwas los war und sie deswegen nicht alles sagen konnte. Das war komisch. So.